Hallihallo Löhle, zurück zu Firestone, Idle RPG. Äh, machen wir hier auch einen guten Ton an, wenn es aber hört. Ein bisschen. So. Jo. Ich habe auch hier natürlich ein bisschen was gemacht. Bin jetzt bei 149. Könnte ich schon weitermachen, ja, aber komme ich nicht sehr weit und alles. So. Dann haben wir erst die Kleinen, wegen dem, äh, Arkanstaub. Den wiederum, braucht man ja für den Billy hier. Da habe ich den schon einmal jetzt entwickelt. Deswegen ist er lieber der Level 1. Da braucht man Arkanstaub auch zum entwickeln. Brauche ich mittlerweile 500. Dann sehe ich ja so aus. Eine Einentwicklung gibt es noch. Gilde, äh, achso. Das hier, ja. Für mein Bäumchen. 1500, äh, wo war ich denn eigentlich jetzt dran? Achso, hier war ich dran. Genau, 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 genau. Gesundheit. So, ein Level Up hier gab es. Ach, war hier, ne? Ne, hier, den muss ich, glaube ich, machen. Das habe ich ja fertig auf 20, genau. Finde ich jetzt sehr wichtig hier auch. Wird die Chance, dass zwei Meteoriten statt einen aufschlagen. Ist schon wichtig, beziehungsweise hier den Bereich, ne, für, dass sie ihre Skills benutzen. Ich war hier dran wegen Hauptattribute. Alle Charaktere. Außerhalb des Anführers. Und da ist nur der Anführer. Auch nicht verkehrt. Das ist immer hier. Achso, ja, da, bei der Card-Mission. Na ja, klar. Gip her, gip her, gip her. Da, Meteoriten. Wichtig. Mach mal das. Da ist dann, läuft noch 42 Minuten. Na, okay. Verbessern. Sack. Ich kann ja mal weitermachen, gucken, wie weit die kommen. Einen fünften habe ich immer noch nicht. Kriege ich erst ab, glaube ich, 300 war das, ne? 200. Ach, 200 war das. Okay. Für noch 50. Und natürlich täglich, äh... Ne, war da, ne? Äh, nein. Queds. Tätigen Quests, die hier, mach ich natürlich immer. Ach, kenntnis machen. Erkenntnis machen, muss ich nachbringen. Ach, ja, ja, aber das ist ja immer später. Viertel nach zehn. Dem habe ich immer Viertel nach zehn. Morgens mit meinem anderen, mit meinem Hauptschal, habe ich morgens um acht. Ah, deswegen komme ich immer ein bisschen schneller. So, mach mal das eben kurz nebenbei. Das, das, das und das. Das sind vier. Irgendwelche vier Rollen davon benutzen. Und drei Kisten öffnen. Achso. Nachher geht das auch schneller auf. Nur beiden weiß ich nicht mehr. Weil die Höhle dauert es ja Ewigkeiten. Ja, ja, da kriegt man die Karten immer. Jeden Tag. Und muss jeder Kiste. Ich kann natürlich auch alle Kisten aufmachen. Aber ich gebe sie mir auf. Fertig, endlich. Nein, aber das dauert immer. So, Erkenntnis noch bringen. Zack, zack. Du, 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 du. Exotische Händler können wir, ach, da können wir schon rein, genau. Da können wir die Rollen verkaufen. Gegen exotische Münzen. Die wiederum kann man hier verbrauchen. Für Goldträgen habt ihr sie, also Wuschel, wie auch immer. Oder zu Anfang, äh, gar nicht so unwichtig. Na, wo ist das jetzt hier? Prestigewoll. Erhöht die Menge der, je nach jedem Prestige erhaltenen Firestones. Das ist sehr wichtig. Vor allem für den kleinen, äh, Stand hier. Weil hier. Die braucht man nämlich ja, um zu forschen. Äh, Bibliothek. Hier. Den verbraucht man auch mal hier. Äh, du hast eigentlich auch schon, also, ja, machen wir hier einmal, da. Erkenntnis gebracht, drei Drohnen öffnen, Inventargestände, alles klar. Ja, mal gucken, wie weit das hier weitergeht. Wenn, wenn ich den fünften hab, dann hab ich die schon mal einmal voll. Verbrauch ich, glaub ich, um freischalten, äh, Gold, AL, hab ich ja schon, glaube ich, hab ja, AL schon, jetzt mittlerweile. Äh, das dürfte ja nicht kein Thema sein, AL. Ja, aber dauert halt alles ein bisschen, ne. Joa, sonst eigentlich, ne, ist alles beim Alten. Kameradschaft gibt's ja auch mittlerweile. Da bin ich bei 28, 20 Prozent. Wie dann hier diese Kameradschafts-Aura, dann, für alle drauf. Oder für man selbst, ne, nur den Wert, wieviel man, glaub ich, hat, selber hat. Hab ich vorhin ne Gruppe gehabt, da hatte nur ich Prozente gehabt. Alle, alle anderen vier gar nix. Ja, natürlich, ich hab da auch rausgegessen, rausgegangen, hab ne neue gesucht. Äh, Kameradschafts-Aura kann man übrigens hier am Baum, da. Ja, damit kann man es weiter erhöhen. Den Effekt. Also den Aura-Effekt kann man weiter erhöhen. Wir warten, bis die Geltendarm-Level auf dem Level 10 ist. Dann kann ich wieder weitermachen. So, ich würde sagen, ich möchte noch hier ein bisschen weiter eideln, natürlich wieder, weiter. Wie vorher auch immer. Und gucken, was das Ding macht hier so wie jetzt. Dann mache ich erstmal Schluss für heute. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann alles gebrochen. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschö bis mit Öl.